Attila, Bias, Weiko, Null Argumente, Fakten oder Beweise oder man könnte das Video auch der Flop der Resistenz nennen. Aber es ist ein bestes Beispiel, dass Resistenz nicht nur in Deutschland total verdorben gespalten und ein totaler Flop ist. Wenn man wissen will, was man nicht machen soll, also man will nicht erkennen, was wirklich abgeht, dann haben wir auf jeden Fall zwei sehr gute Beispiele, von welchen wir einiges ja schon gezeigt haben. Das System braucht Leute wie Attila und Weiko, die nur die Leute mit wilden Theorien beschäftigen und dass sie ja nicht anfangen, selber zu denken. Weiko braucht Mainstream-Media-Artikel von dengleichen, die QAnon als Verschwörungstheorie-Sekte hingestellt haben, als Fakten und Beweise. Es sind nur Bilder und es braucht Einbildung. Es ist aber auch kein Beweis von Fakten. Nur schon da merkt man, wie Weiko, aber auch Attila und wie viele andere sich noch nie beschäftigt haben, was ein wirklich faktischer Beweis ist. Aber hören wir doch mal ein bisschen rein, um mal zu sehen, wie das ungefähr gelaufen ist. Ihr könnt ja dieses ganze Ding ansehen. Nur gelangene, genug Intro. Herzlich willkommen endlich bei The Great Debate. Heute hat es geklappt. Herzlich willkommen, Attila. Freut mich, Falko. Wunderbar, wunderbar. Wir hatten ja gerade schon bei dem anderen versucht, erst mal, wie sie sich gestern im Chat, heute bei dir im Chat war. Nur um zu sagen, die haben versucht, auf Amertilla seinen Kanal etwas zu machen. Und sobald Weiko den Bildschirm geteilt hat, hat es ein Echo gegeben. Und am Schluss ging der Bildschirm auch wieder weg und dann war das Echo nicht mehr da. Also wenn Weiko aufhören würde, einfach nur sich mit Bildern zu beschäftigen, sondern mal wirklich reden würde, dann hätten sie sich auch schon im Ersten wirklich verständigen können. Nur als kleines Detail. Also erst mal von beiden Seiten, was dort im Chat geschrieben wurde. Ich will sowas nicht hören, die Ziegenficker, aber auch Falko. Das können wir jetzt nicht wie normale Menschen, das gilt auch für den Chat da draußen. Also er ist eigentlich, wieso sagt er sowas? Also gleichzeitig, als er das gesagt hat, in seinem Chat, hat jemand die ganze Zeit irgendwie, Hurensohn, Attila Hurensohn, über die ganze Zeit, niemand hat das rausgenommen. Ja, dann lassen Sie normale Menschen reden. Die Frage ist, was habt ihr in einem Jahr erzählt und was ist passiert? Und ich bin sehr neutral auf eure Bewegung zugegangen. Ich habe das am Anfang auch alles unterstützt. Ich habe Haunzies Videos geteilt. Ich habe deine Beiträge geteilt. Ich hatte vor dem Potsdamer Platz, wo ich die Rede gehalten habe, das war Mitte letzten Jahres, habe ich selbst die Amerika-Flagge hochgehalten, weil ich eben auch die Hoffnung hatte, dass als externe Kraft Trump da irgendwas regeln würde. Und nichts davon ist eingetreten. Und irgendwann musst du verstehen, dass Menschen anfangen zu zweifeln. Ich weiß. Und sehen und sehen. Ja. Ja, legitime Frage. Schauen wir mal, wie Weiko jetzt auf diese Frage antwortet. Wird er antworten? Dass vor allem eine Art von, ja, Heldengeschichte von euch aufgebaut wurde, die überhaupt nicht der Realität entspricht. Und dieses Gespräch sollte man heute dafür da sein, dass wir generell schauen, was ist euer Ziel, was ist mein Ziel und vor allem, was sind die Sachen, die wirklich bei euch passiert sind, die dann wirklich in der Realität eingetreten sind, von euren ganzen Prophezeiungen. Und wenn wir ehrlich sind, ich wüsste nichts. Also die Frage, was ist passiert, wirklich, sag mal, was wirklich von dem passiert ist, wieso, dass sie nie zugeben, dass wenn irgendwas nicht passiert ist und immer wieder eine Fantasie-Story erfinden, ja, was wird Weiko auf diese ganz einfache Frage ehrlich antworten? Trump ist nicht zurückgekommen, hat nicht irgendwie seinen Wahlbetrug aufgedeckt, hat nicht Merkel festgenommen, der Deep State wurde nicht hochgenommen, die Menschen in Deutschland leben seit einem Jahr in einer brutalen Diktatur und es wird immer schlimmer. Ja, das kann man so empfinden. Jetzt geht's los. Man kann das so empfinden. Nein, das ist doch einfach die Realität. Und jetzt kommt er mit seinen ganzen Theorien und probiert einfach die Realität, die wir alle feststellen können, um irgendeine Theorie zu verdrehen von etwas, was passiert, das wir aber nicht mitbekommen. Niemand mitbekommt, außer Weiko. Wie fange ich am besten an? Ich habe erstmal, du kannst erstmal das Imperium nie an einem Tag belegen. Du kannst auch nie alle auf EMA verhaften, weil sonst kriegen die ja mit, dass da irgendwas läuft und hauen ab. Das ist das Problem bei der ganzen... Also kannst du immer nur mit... Ihr könnt es ja selber anhören, aber schlussendlich stellt er dann einfach, als Attila dann wirklich mal nachfragt oder so, stellt er ihn einfach auf stumm. Und das ist genauso wie Weiko und die ganze Sekte hinter Weiko es auch macht. Und dann kommt er einfach mit verschiedensten Bilden von Weiß nicht was und mit dem Corona-Programm will er uns erzählen, dass das ganz was anderes ist, als was die da irgendwie jetzt durchführen und so weiter. Aber nochmal einfach zu zeigen, wie er uns schlussendlich behauptet, er hat das Debate gewonnen, weil er einfach dann das Ding abgestellt hat. Und dann auf der Telegram machen sie da ihren kleinen Kindergartenkrieg weiter. Weiko behauptet, offizielle Mainstream-Seiten, die nach jeder prüfen kann. Was soll das, Mann? Und auf der anderen Seite, Attila sagt einfach, dass es einfach Photoshop ist. Das ist auf jeden Fall auch ein sehr dummes Argument. Aber eben, man sieht einfach, dass sie nicht weiterdenken. Aber Bilder sind kein faktischer Beweis. Wir haben das auch mit Weiko gesagt und alles, was Weiko hat, sind 72 Giga Einbildung. Denn man braucht Einbildung, um Bilder zu glauben. Ihr könnt ja selber nachschauen, was ein Bild wirklich bedeutet. Das ist nicht ein Foto. Das kann man eben auch auf Photoshop machen. Das heißt nicht, dass alle Bilder, die er hat, auf Photoshop gemacht sind. Aber auf jeden Fall null Argumente oder Antwort. Und Weiko kann sowieso nicht debattieren. Der muss einfach seinen Vortrag halten und kann ohne seine Bilder überhaupt nichts machen. Er ist psychopathisch veranlagt. Das haben wir schon extrem gezeigt, seine ganzen extremen Seiten oder so. Und Attila ist in seinem permanenten Hassgeschwurbel. Und man merkt entweder nicht, wie er selber vom System gebraucht wird. Denn genau solche Hausresen braucht es eben, um die Wahrheit zu vertuschen. Oder er spielt sein Spiel im ganzen Chaos. Die beiden brauchen genau die gleiche Manipulationstechnik, wie er der Staat es braucht. Spalten und herrschen. Nichts anderes. Das Einzige, was heute noch stimuliert, mit den ganzen, was stimuliert, ist noch mit dem Finger zu zeigen. Man muss mit dem Finger auf jemanden zeigen, aber jedes Mal sind es drei Finger, die auf uns selber zeigen. Und das ist das Einzige, was irgendwie noch Leute anzieht, was die Leute irgendwie noch motiviert oder weiß nicht was, aber mal bei sich selber zu schauen, beim eigenen Mist, bei sich selber zu schauen, was wirklich abgeht, das interessiert natürlich niemand. Und darum kann die Regierung auch immer weitermachen. Und genau darum haben eben Illusionen für Breiten auch immer so einen Riesenzulauf. Weil es einfach einfacher ist, das sind die Bösen, wir sind die Guten, wir sind der Wacht, die anderen sind die Schlafschafe und so weiter. Es geht immer weiter. Man kann Ping-Pong spielen, solange wie man will. Illusionen, fantastische Theorien, Finger zeigen, beschuldigen, spalten, behaupten, Interpretation, Überzeugung, Glaube und all den Unsinn ist keine Wahrheit der Realität vom Leben. Macht, was ihr wollt. Aber faktisch kann man überprüfen, jeder kann das überprüfen. Das sind alles psychologische Operationen vom System, die durch nachzistische Ego-Programme dazu führen, andere mit den gleichen Traumas anzuziehen und sie dann zu missbrauchen. QAnon wurde zu einer Religion, die wird nicht mehr verschwinden. Sie werden nie zugeben, dass auch sie noch ein bisschen geirrt haben. Es kann ja auch noch Jahre missbraucht werden, da ja alle alles im Verstecken passiert. Wir kommen nur nichts mit. Eine permanente Schlafpille für alle, die eben den Wille zur Wahrheit vom Leben nicht mehr haben. Es ist etwas so wie die Zwerge, die die Weihnachtsgeschenke für Weihnachten vorbereiten. Die sieht man ja auch nicht, aber das passiert ja auch. Und auch der immer größer werdenden Judenhass ist ja auch etwas, was das System will. Das ist genau das, darum machen wir ja genau ja nicht mit. Das ist eine andere Falle vom System, das gemacht wird, um Leute abzulenken, was wirklich passiert. Wir beschützen niemand, wir sind gegen niemand, wir beschützen niemand, wir sind mit niemand, aber ihr müsst einfach mal merken, dass das System immer alles vorbereiten hat, dass Leute in die Falle fallen. Immer. es ist genau dazu gemacht, Leute zu stigmatisieren, zu urteilen und zu diskreditieren. Das ist genau das, was wieder passiert, ja, QAnon oder eben den ganzen Judenhass oder alles, ja, oder dann ist einer links, rechts, ja, also wenn man links oder rechts ist, ist einfach ein Flügel, ja, und man fliegt einfach immer im Kreis. Habt ihr schon mal was von Sündebock gehört, ja, und da ist eben genau die Ziege, ja, der Goat wie das Geh von den Freimauern, ja, das sind alles Schutzschilder unter psychologischen Operationen, die vom System gemacht wird, das Antivirus, ja, denn der Virus ist in dem Fall die Wahrheit und das System braucht ja eben im System zu bleiben. Also das ist Nullresistenz, das ist narzisstische Egomasturbation, wer hat recht, ja, es geht um gar nicht darum, es geht darum, was richtig ist, was wahr ist, ja, und nicht mehr und nicht wenige, ja, und keiner der beiden hat wirklich geschnallt, was wirklich abgeht, ja, es geht wirklich darum, was ist, ja, und dafür muss man wirklich debattieren, muss man konfrontieren und die Sache wirklich mal auf den Tisch legen, als irgendwie einfach so ein paar Theorien rumzuschwaffeln und weiß nicht was. Also beide haben auf jeden Fall und sehr offensichtlich sehr große Traumas, ja, die eben zu traumabasierten Gedankenkontrolle führt, ob man das will oder nicht, wir haben das gezeigt im MK-Ultra-Video, Baiko ist wie ein autistischen Psycho, der besessen Bilder sammelt, wie ein Briefmarkensammler, ja, und irgendwie Theorien auswendig lernt, aber er hat null Bezug zur Realität und was wirklich abgeht, ja. Baiko weiß, wie Attila weiß gar nicht, was wirklich ein Beweis von Fakt ist, eine Behauptung ist eine Lüge, wenn es keinen Beweis gibt und einen Beweis muss man überprüfen wie der Baum hier im Garten oder ja, Sachen, die man wirklich überprüfen kann und das gilt für alles. Attila hat sich einfach zu wenig mit den ganzen Themen befasst, er ist zu schnell da irgendwie reingerutscht und irgendwie macht gar keine wirklichen eigenen Recherchen, ja, wie er behauptet, ja, wie irgendwie es gibt niemand, der so viel gekämpft hat, ja, also Weiko behauptet das von sich auch und viele andere auch, ja, das ist doch alles Bullshit, ja, aber er macht keine wirklichen Recherchen, ja, das ging alles viel zu schnell für ihn, ja, das passiert ja in einem Jahr für ihn, er hat sich vielleicht schon ein bisschen mit Sachen auseinander gesetzt, aber das sieht man ja, dass das irgendwie total oberflächlich ist, ja, oberflächlich geht es ja fast nicht. Er teilt auch einfach sehr schnell Sachen, ja, macht Interpretation und was irgendwer auf dem Internet findet, ohne Analyse oder eine wirklich die Sache zu überprüfen oder nachzuforschen und das ist einfach Papagei spielen, ja, wie es Weiko auch einfach auswendig lernt und dann einfach weitergibt viele Sachen, was er eigentlich ja in Amerika gefunden hat und gar nicht selber gefunden hat. Weder demonstrieren noch wilde Theorien, ja, es wird nichts die Leute von der Sklaverei befreien, darum sollte man sich mal schon überlegen, was wirklich abgeht, ja, und sich mal mit den Sachen wirklich befassen, als irgendwie so sprechen nachzuholen, das ist das gleiche bei uns, wir sagen ja immer überprüft doch alles, alles was wir euch zeigen, könnt ihr ja selber überprüfen und darum irgendwie so auf solche reinzufallen und da sieht man ja genau, wieso das keine Resistenz da ist, wieso das der Staat einfach weitermachen kann, ohne dass es irgendwie ihn wird stören, ja, weil es ist ja alles gespalten, es sind ja alle irgendwo, aber wenn es mal wirklich um Fakten geht, wenn man wirklich mal debattieren muss oder so, dann rennen die ja immer alle weg, blockieren oder weiß nicht was, ja. Nochmal ein gutes Beispiel, danke fürs Zuschauen. Das war's. Das war's. Das war's. Vielen Dank.